Moin Leute und Willkommen zur nächsten Folge Hearthstone. Heute spielen wir mal die Arena und ja... Es war richtig, mich zu wecken. Ich glaube, ich nehme den Droiden. Was haben wir denn da leckeres? Ruft sieben Irrwäsche dabei... Verbraucht euer gesamtes Mana... Ich nehme den. Na ja, den Scarabius nehmen wir da. Verspulenheit... Mechanische Militen... Auf jeden Fall Ernteguhle. Den bemannten Schredder nehmen wir auch mit. Äh... Ja... Ach du ahnst es ne... Ähm... Joa... Nehmen wir die Murlochs... Nehmen wir die Murlochs... Verstohlenheit... Verleihd einem... Verleihd einem Befreundeten... Echt... Nehmen wir das Ei... Wir haben ja... Wie heißt die Tante hier noch? Sonnenzornbeschützerin... Wenn wir die beiden zusammen spielen könnten... Und das Ei damit ein Tant geben... Ein Spott quasi... Ach komm wir nehmen das Ei... Na... Äh... Kann ich angreifen? Mhm... Mhm... Nehmen wir ein Jeeps... Oh Gott... Das will... Ja... Panther... Zombie-Fraass... Ne... Wir nehmen die Klaue... Wir nehmen die Klaue... Ah... Wir nehmen den Todeskürsten... Hatten wir die nicht gerade schon mal... Ja... Alle anderen Murlochs haben... Ah... Kriege ich doch niemals auf der Starthand... Alles gleich man... Nein... Wir nehmen doch mal den Spott... Einen Akkulüten... Mh... Hm... Wildtier... Habe ich ein Wildtier? Oh... Ich hab... Panther... Panther... Aber... Ne... 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 Oh... Waffe... 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 Wir nehmen die Klaue zusammen... Benachbarte Diener... Ja... Ja... Wir nehmen... Gedankenkontrolleur... Anregen... Ja... Ähm... Ein Diener... Stir... Oh... 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 Ma- Ah, oogh... Ih... We nehmen die... Autore... We nehmen die... Gewalt... Ehhhh... Wir haben... Ne... 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 Wir nimm den... gut leute schauen was die erste runde arena bringen ich habe schon seit monaten seit ich weiß gar nicht wie lange genau ich keine arena mehr gemacht also ich würde es mal typen locker dreiviertel jahr bis jahr habe ich keine arena mehr gespielt sondern immer mein gold nur gold nur für packungen ausgegeben meine beste arena runde war sechs siegel glaube ich ich habe mir mal diesen kippen und ich weiß gar nicht ob wir den sinken die anzeige ist auch neu da sieht man hier die loses die man hat quasi wie oft man verloben hat das wäre ja auch interessant und wieso spiel ich mir gegen den unbekannten das ist doch alles nicht so toll einfach so weg hängen mit seiner heldenfähigkeit und der blöden spinne das war nicht gut das war nicht gut das war nicht gut ich hätte sogar uncool absolut uncool das ist absolut uncool wie machen wir dann ich habe eben die ganze zeit beim aussuchen kampfschrei gelesen dann ist ja gar nicht so verkehrt gebt mir eine quest interessant ich muss das land bewachen da bin ich ja echt mal gespannt ob man den in kiefer in der aufnahme ist oder habe ich ja gar nicht damit gedacht ich glaube teuer haben wir dann nochmal verleid eurem64 ok Okay, also, du gehst da rein. Nimm das so ein Kapptrund. So. So. War ja klar. Oh. 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 Ja, Kollege. Oh. Oh. War doch nicht solche Sachen, Mann. Am frühmorgend hier. Nicht mal acht. Nicht mal halb acht. Und du machst hier schon mal eine Verlegung. Ähm. Ähm. Füll dir weg. Ich glaube, wir machen das so. Verbraucht, äh, Gesamtes. Ach nee, was machst du denn jetzt schon wieder? Ach, auch noch. Oh, Geheimnisse in der Arena. Muss das sein? Ist das überhaupt so klug? H-H-M-H-M-A-N-H-M-A-N-G-E-M-A-N-H-M-A-N-H-M-A-N Wenn ich den jetzt spiele, hat seiner denn auch, wenn es ein Spiegelgestalt ist, oder hat er dann 1-1? Hm, ich frage mich, ob ich riskiere. War ja klar, ey. Oh, was ist das denn? Oh nein. Warum kriegt er dann dieselben Werte? Ja, natürlich. Hat er jetzt... Ja, GG, das war's. Jetzt habe ich es mir gerade selber versaut. Geil. Ach, aus solchen Gründen spiele ich echt ungern Arena, weil es einfach scheiße ist das. Mehr Schmerzen. Mehr Schmerzen. Ja. Ja. Schmerzen. Kann man gar nicht duplizieren? Das werde ich jetzt getötet. Ein Großviertjäger. Oh nein. Ähm. 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 Aktiviere den Mentalkonstellore TC-130. Oh Mann, dass der natürlich die Werte gekriegt hat, wie... Ach. Warum nicht ein 1-1 sagen? Er zittert! Oder macht Sturmwinds! Wir müssen den Sonnenbrunnen läutern. andare durch den Masterball zu holen. Nein. Nein. Wer seid ihr... Fülle die Wildnässe. Ach ja. Schilder hoch! Drei, sieben, acht. Wir riskieren die Scheiße einfach. Wir hoffen das Beste. Gott sei Dank, ich habe gedacht, das verlieren wir noch durch den Fehler. Boah. Sehr gut. Leute, das war die erste Folge Arena auf meinem Kanal. Ich hoffe sie hat euch gefallen, trotz des Misplays. Lasst mir einen Daumen da und wir sehen uns in der nächsten Folge.